Einen wunderschönen guten Morgen. Ich mag ja keinen Urlaub, aber ich habe mich von der Familie breitschlagen lassen. Diesmal geht es nicht zu meinen Eltern und es geht über die finnischen Grenzen hinaus. Deshalb wurde ich beauftragt für digitale Offline-Unterhaltung zu sorgen. Für die ganze Familie. Und ihr kommt mit. Nicht in den Urlaub, aber in die Auswahl der Entertainment-Ups.